Willkommen in Österreichs schönsten Modehaus. Kasten und Oehler und Graz ist eine langjährige Beziehung. Das hat alles 1883 begonnen mit einem kleinen gemieteten Geschäft in der Sackstraße Sieben und hat sich von da weg immer weiterentwickelt. Und so sind wir stolz, heute sagen zu können, dass Kasten und Oehler wohl der Leitbetrieb in der Innenstadt von Kasten und Oehler ist, in der Landeshauptstadt Graz, die eine gute Symbiose zwischen dem umliegenden Einzelhandelsumfeld und unserem Haus besteht. Dieses Projekt, das uns die letzten Jahre beschäftigt hat, ist davon ausgegangen, das Haus zu erweitern, zu erneuern. Ein ganz besonderer Aspekt war sicher, diese Aufenthaltsqualität, dieses Wohlfühlen der Besucher des Hauses in den Mittelpunkt zu stellen. Neben all den steirischen Kundinnen und Kunden, die uns tagtäglich besuchen, stellen wir mehr und mehr fest, dass auch Besucher von außenhalb, Touristen aus Italien, aber auch Besucher aus anderen Bundesländern zu uns kommen. Und ich glaube, das zeigt wirklich die Bedeutung des Hauses, nicht nur jetzt für uns, sondern eben auch für die ganze Stadt, weil das zum Beispiel Wiener Kunden gerne zu uns kommen und die Grazer fast um dieses Haus beneiden, ist schon zumindest einen Schmunzler wert.